Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar, ja, ich bin noch am Leben, falls es auch keiner mitbekommen hat. Es kam jetzt seit über einer Woche kein Video mehr, das liegt ganz einfach daran, ich war jetzt zwei Wochen, lag ich krank im Bett, na, Mandelentzinnung, sehr unangenehm übrigens. Also wenn ihr das einmal habt, dann gute Besserung. Dann, äh, ich durfte ziemlich viele Medikamente schlucken und Hustensaft nehmen und irgendwelche Lutschpastillen nehmen und, boah, ne, ging gar nicht, jedenfalls ist es auch ziemlich schwierig, zur Zeit in Schule von wegen, äh, Stoff nachholen. Und ich durfte auch, äh, gleich als ich wieder kam, die nächsten vier Tage jeweils mal einen Test schreiben, das war auch sehr unangenehm. Ähm, aber ich wollte in diesem Infovideo einfach mal sagen, äh, es wird morgen auf alle Fälle, ich verspreche es euch, ich schwöre es euch, das Abo-Special kommt. Wenn es, wenn es morgen nicht kommt, dann, äh, ja, keine Ahnung, schließe ich den Kanal. So, ja, gut, das ist jetzt, heh, 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 jetzt die Voraussetzung dafür, nein. Ähm, jedenfalls wird es morgen kommen. Äh, es gab da ein paar kleine Probleme und zwar war es sehr aufwendig. Ich kann ein paar Details preisgeben, wenn ihr unbedingt möchtet. Das Video hat eine Länge von 33 Minuten und 40 Sekunden, ja, also, äh, ich hab ein Network mit 1 GB Arbeitsspeicher, das sag ich nicht zum ersten Mal. Und normale, äh, 15 bis 18 Minuten Videos dauern bei mir beim Hochladen an die 3 bis 4 Stunden. Und das heißt, das, äh, Video jetzt, das Abo-Special wird dann an die 7, 8, 9 Stunden dauern. Aber da ich morgen zum Glück frei habe, also heute ist Sonntag, ne, ich weiß nicht, ob es heute noch on kommt, aber ich denke mal schon. Deswegen will ich mich auch so kurz wie möglich halten. Ähm, wird das eben etwas dauern mit dem Hochladen, was mir wirklich sehr, sehr leid tut, aber der PC ist schon in Bestellung. So viel kann ich sagen, ja, ich musste auf das Zeugnis warten, was ich nicht bekommen habe, weil ich eben krank war. Dann war die Lehrer nicht da, also ich war die erste Woche, die ersten 3 Tage krank, dann war ich da. Dann war aber meine Tutorin, also ist sowas für eine Klassenlehrerin, nicht da. Und dann, äh, ging es aber los bei mir mit der Mandelzündung am nächsten Tag. Dann war ich zwei Wochen dann nicht da. Und dann kamen meine, äh, meine Tutorin eben erst diese Woche wieder und ich habe mein Zeugnis erst seit drei Tagen. Das heißt, äh, ja, ich muss hier noch das Zeugnis warten. Meine Eltern wollten wissen, ob es gut ist. Wenn es zu schlecht gewesen wäre, hätte ich den PC nämlich nicht bekommen. Aber, naja, ist gut genug. Meine Mutter hat auch zuerst gesagt, ich soll warten bis zu meinem Geburtstag, aber das wären noch, äh, knapp drei Monate und das wäre mir zu lange. Also, wie gesagt, PC habe ich schon ausgesucht. Und, ja, wie gesagt, man kommt das Abo-Special. Ich habe schon hier fast 60 Abonnenten. Das ist hammergeil, muss ich sagen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meine Videos mögen meint. Und, ähm, ja, wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich werde jetzt auch wieder Gran Turismo erstmal aufnehmen. Weil, wie gesagt, ja, ich habe eben nichts mehr. Ich habe das letzte, die letzten Videos, die ich auf Vorrat hatte, habe ich fertig krank, war hochgeladen. Und jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe wieder Gran Turismo, Code Amst beendet. Äh, ja, und mit, äh, Daniel und Lukas konnte ich eben nichts aufnehmen. Also, ja, ich will mich hier recht kurz halten. Deswegen beende ich hier schnell dieses Video. Äh, ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse. Es werden ab nächste Woche wieder Videos kommen. So viel sei gesagt. Das Albo Special wird morgen Abend kommen. Ich werde morgen früh anfangen, es abzuladen, äh, hochzuladen. Und, äh, ja, freut euch drauf. Schaltet ein, so gegen Abend. Und dann, ja, hört ihr mich das nächste Mal morgen Abend. Gut, dann macht's gut, Leute. Haut rein, ciao.